Ionel. Ionel ist ein Heilengel. Ionel gilt insbesondere ein Engel für die Gesundheit. Ionel ist ein Engel für Heilung und Schmerzlinderung. Ionel hat somit einige der Funktionen, die auch Danvantari im Hinduismus hat. Danvantari ist der indische Heilgott, Inkarnation von Vishnu. Und Ionel ist ein Engel für Gesundheit, für Heilung und insbesondere ist die Schmerzlinderung Ionel zugeschrieben. Der Mensch hat Selbstheilkräfte. Diese Selbstheilkräfte kann man göttlicher Natur ansehen. Und man kann sagen, diese Selbstheilkräfte sind Ausdruck des Engelswesens. Daher Ionel ist einer der Aspekte der Selbstheilkräfte im Menschen. Und auch wenn ein Arzt Heilkräfte hat, ein Arzt, ein Heiler, ein Heilpraktiker, ein Yoga-Lehrer, eine Yoga-Lehrerin, dann ist das auch eine göttliche Kraft. Und diese göttliche Kraft der Heilung kann man personifiziert finden, unter anderem in Ionel. Und da wird dann wieder auf die Hoffnung, unter anderem in Ionel. Vielen Dank.